Am 6. April 1998 verschwindet die 18-jährige Minako Nakamura aus Nagaoka. Minako wohnt zu der Zeit bei ihrer Mutter Kuni und besucht eine Vorbereitungsschule, da sie nach dem Schulabschluss zunächst keinen Studienplatz gefunden hat. Ihre ältere Schwester ist bereits ausgezogen und studiert seit einiger Zeit in Kansai. Der Vater ist bereits viele Jahre zuvor verstorben. Nachdem die Mutter das Verschwinden ihrer Tochter meldet, wird sie zunächst von der Polizei vertröstet, da sie überzeugt sind, dass das Mädchen nach kurzer Zeit von alleine wieder zurückkommen wird, weil sie kaum etwas von ihren persönlichen Sachen dabei hat. Am 6. April, dem Tag des Verschwindens, hat Minako eigentlich vor, die Gebühren der Vorbereitungsschule zu bezahlen. Dafür liegt ein Umschlag mit 500.000 Yen fast 4.000 Euro im Haus der Nakamuras bereit. Als sie das Haus verlässt, nimmt Minako den Umschlag aber nicht mit. Sie nimmt lediglich 30.000 Yen, also etwa 230 Euro aus dem Umschlag und schreibt eine Notiz darauf, dass sie sich die Summe ausgeborgt hätte. Kuni kommt gegen 7 Uhr abends nach Hause und wundert sich, dass alles dunkel ist. Sie vermutet, dass Minako in die Videothek gegangen sein könnte und verlässt selbst nochmal das Haus, um eine Versammlung in der Stadt zu besuchen. Als sie dann danach nach Hause zurückkehrt und Minako immer noch nicht da ist, beginnt sie, sich Gedanken zu machen. Es gibt zuerst überhaupt keine Hinweise auf Minakos Verbleib und obwohl die Polizei die Vermisstenmeldung von der Mutter erhalten hat, gibt es auch keine konkrete Fahndung nach der jungen Frau. Minakos Mutter bleibt nichts anderes übrig, als selber auf Spurensuche zu gehen. Im Papierkorb in Minakos Zimmer hat sie eine Menge winziger Papierschnipsel gefunden, die sie nach und nach zusammenpuzzelt. Dabei stellt sie fest, dass es sich um eine Quittung für Passfotos aus einem Laden in Niigata handelt. Nach dieser Erkenntnis findet Kuni heraus, dass Minako sich Anfang April einen Reisepass ausstellen lassen hat, allerdings nicht in ihrem Heimatort Nagaoka, sondern auch auf dem Amt im 60 Kilometer entfernten Niigata. Dafür muss Minako die Unterschrift ihrer Mutter gefälscht haben, da sie mit 18 in Japan noch als minderjährig gilt. Ihre Mutter gegenüber hat Minako nie zuvor geäußert, dass sie verreisen oder ein bestimmtes Land besuchen wollte. Bei der Neujahrsfeier einige Monate vorher hat sie auf die Frage von Verwandten, ob sie nach dem Schulabschluss vorhätte, eine Reise zu machen, gesagt, dass sie dies eigentlich nicht plane und wenn überhaupt nur ganz kurz, da ihre Mutter sonst alleine sei. Offenbar war das Verhältnis zwischen Kuni und ihrer Tochter gut und es gab keine Probleme in einem Ausmaß, die ein Verschwinden erklären könnten. Kuni beginnt nun, in Reisebüros nachzufragen, ob jemand etwas über ihre Tochter weiß. Nach einer Weile bekommt sie auf dem Weg tatsächlich Informationen, aber die werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten. Der Mitarbeiter eines Reisebüros bekommt am 3. April einen Anruf von einer Frau, die behauptet, Minako Nakamura zu heißen. Von der Stimme der Frau her denkt der Mitarbeiter, dass es sich um eine Frau mindestens Mitte 20 handelt, die sich außerdem heiser angehört hätte. Die Frau sagt, sie möchte so schnell wie möglich nach Südkorea fliegen und bucht schließlich ein Flugticket für den 7. April unter Minakos Namen von Niigata nach Gimpo. Während des ganzen Telefonats macht die Frau den Eindruck, dass sie in Eile ist. Die Zubuchen eines Hotels vor Ort lehnt sie ab. Sie sagt, sie wäre schon mal in Korea gewesen und wisse, wo sie dort hinkönne. Minakos Mutter sagt dazu, dass die Frau am Telefon gar nicht Minako gewesen sein könnte, weil sie eine sehr helle Stimme habe und außerdem noch nie in Südkorea gewesen sei oder überhaupt im Ausland. Wenn es also nicht Minako selbst war, die das Ticket gebucht hat, wer war die Frau? Das Ticket wurde am gleichen Tag gebucht, an dem zuvor ihr neuer Reisepass in Niigata ausgestellt worden ist. Hat sie vielleicht die Frau selbst darum gebeten, für sie das Flugticket zu kaufen? Oder war sie doch selbst am Telefon? Nachdem Kuni jetzt weiß, welcher Flug auf den Namen ihrer Tochter gebucht wurde, stellt sie am Flughafen weitere Nachforschungen an. Dort erfährt sie, dass am 7. April eine Frau, die sich als Minako Nakamura ausweist, das über das Reisebüro gebuchte Flugticket abholt. Den Beschreibungen des Personals zufolge hat die Frau einen dunkelblauen Hoodie getragen. Ob es sich bei der Frau tatsächlich um Minako gehandelt hat, bleibt unklar. Allerdings kann ihre Mutter bestätigen, dass sie auch beim Verlassen des Hauses am 6. April einen dunkelblauen Hoodie getragen hat. Im Flugzeug sitzt die Person mit Minakos Bordkater am Fenster. Der Platz in der Mitte ist frei und am Gang sitzt eine Frau, die von den Stewardessen als auffällig gekleidet und mit heiserer Stimme beschrieben wird. Könnte es die Frau gewesen sein, die Minakos Flugticket im Reisebüro bestellt hat? Ihre Mutter schafft es, die Frau aufzuspüren. Es handelt sich um eine Südkoreanerin, die einen Japaner aus Nagaoka geheiratet hat und seither dort lebt. Sie betreibt dort eine religiöse Gemeinschaft. Auf Kunis Frage erzählt sie ihr, dass sie das Mädchen, das im Flugzeug neben ihr gesessen hat, am Flughafen in Gimpo bis zum Ausgang begleitet hätte. Was das Mädchen danach vorhatte oder wo sie hingegangen sei, wisse sie nicht. Vor dem Flug kannte sie das Mädchen angeblich nicht. Sie selbst sei in ihr Heimatland gereist, um sich dort mit einigen Designern zu treffen, da sie plant, eine Tempelanlage in Japan für ihre Religionsgemeinschaft zu bauen. Mehr Informationen bekommt Kuni nicht von der Frau. Könnte es sich um die gleiche Frau handeln, die den Anruf im Reisebüro getätigt hat? Vielleicht hat sie Minako unter völlig falschen Versprechungen dazu bewegt, heimlich mit ihr die Reise zu unternehmen und sie dann an jemanden übergeben, der sie zum Beispiel nach Nordkorea gebracht hat oder andere Pläne mit ihr hatte. Im Flugzeug müssen alle Reisenden ein Formular zur Einreise in Korea ausfüllen. Kuni bekommt vom Flughafen Gimpo das Formular, das Minako im Flugzeug ausgefüllt hat. Sie ist der Meinung, dass es sich bei der Handschrift auf dem Formular mit hoher Wahrscheinlichkeit um die ihrer Tochter handelt. Außerdem ist auf dem Formular ein wellenförmiges Symbol vermerkt. Als sich Kuni erkundigt, was es damit auf sich hat, erfährt sie, dass das Symbol normalerweise bei Durchreisenden, die sich nur kurzzeitig in Südkorea aufhalten, eingetragen wird. Unter dem Namen Minako Nakamura gibt es aber kein weiteres gebuchtes Flugticket von Gimpo aus. Kuni reist nach Korea, um die Polizei dort um Mithilfe zu bitten. Sie reicht zwei Vermisstenmeldungen bei der Polizeistation in Seoul und Yongu ein und übermittelt Minakos Fingerabdrücker. Doch auch die koreanische Polizei hat keinen Erfolg bei den Ermittlungen. Auch sie finden bei einer Überprüfung keinen Nachweis über eine Ausreise von Minako aus Südkorea. Wenn sie das Land also wieder verlassen hat, dann wahrscheinlich unter einem anderen Namen und möglicherweise in der Begleitung anderer Personen. Die mittlerweile 78-jährige Kuni Nakamura tritt zuletzt im Jahr 2019 in einer koreanischen Fernsehsendung auf, um Hinweise zu bekommen. Doch auch dieser Versuch bleibt ohne Erfolg. Dass die Reise nach Südkorea Minakos eigene Idee gewesen sein soll, sie dann aber völlig unvorbereitet, mit nur wenig Geld und fast ohne Gepäck, nur mit einer Handtasche aufgebrochen sein soll, hört sich irgendwie abwegig an. Genauso merkwürdig hört es sich aber auch an, dass sie freiwillig eine Frau nach Korea begleitet haben soll, ohne jemandem etwas davon zu erzählen. Sie hat ja bereits am 3. April den Reisepass ausstellen lassen, also hatte sie ihren Plan bereits an diesem Tag. Dann war sie noch bis zum 6. zu Hause. Das heißt, auch wenn eine andere Person, zum Beispiel die koreanische Frau, in Minakos Verschwinden verwickelt ist, ist sie am 6. April scheinbar freiwillig zu ihr aufgebrochen. Habt ihr eine Idee, wie die ganzen merkwürdigen Details des Falles zusammenpassen könnten? Lasst gerne einen Kommentar da. Vergesst nicht zu liken und den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Am 25. November 1998 wird das Auto der 24-jährigen Reporterin Noriko Tsujide verlassen auf dem Parkplatz einer Versicherungsgesellschaft in Ise gefunden, mehrere hundert Meter entfernt von dem Zeitschriftenverlag, bei dem sie arbeitet. Zunächst denkt sich niemand etwas dabei, es ist lediglich ein falsch geparktes Fahrzeug. Die Polizei kontaktiert Tsujides Familie und bittet um Entfernung des Autos. Zu diesem Zeitpunkt wird der Familie, die dachte, Noriko würde Überstunden auf der Arbeit machen, klar, dass etwas nicht stimmt. Als Noriko am 25. November 1998 nicht auf der Arbeit beim Verlag Ise Bunkasha erscheint, wundert sich zunächst auch keiner ihrer Kollegen. Sie hat am Tag zuvor eine Menge Überstunden gemacht und ist erst spätabends gegen 23 Uhr nach Hause aufgebrochen. Dass sie dort nicht angekommen ist, weiß von ihren Kollegen zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Ihre Familie dagegen hält es in der Nacht des 24. nicht für verdächtig, dass Noriko nicht nach Hause kommt. Sie nehmen an, dass sich eine Menge Arbeit in ihrem Büro angehäuft hat, da sie erst am 23. von einer Reise aus Thailand zurückgekehrt ist. Offenbar ist es nicht unüblich, dass sie gelegentlich eine ganze Nacht durcharbeitet. Nachdem die Versicherungsgesellschaft das fremde Auto auf ihrem Parkplatz meldet, fällt zunächst nur auf, dass es in einer merkwürdigen Position abgestellt ist. Es steht mitten auf dem Platz, schräg über mehreren eingezeichneten Parkplätzen. Ihre Familie hält es für äußerst unwahrscheinlich, dass Noriko es so geparkt haben soll. Selbst wenn der Parkplatz in der Nacht völlig leer war, hätte sie sich nicht über mehrere eingezeichnete Parkplätze gestellt. Persönliche Sachen, wie zum Beispiel ihre Handtasche und ihre Geldbörse, sind nicht im Fahrzeug. Dafür finden ihre Eltern dort eine Zigarettenkippe, obwohl die vermisste Frau nie geraucht hat. Auch der Fahrersitz ist tiefer gestellt als üblich und das Autoradio, das normalerweise beim Anlassen des Autos anspringt, ist komplett ausgeschaltet. Eine weitere Auffälligkeit ist, dass Noriko ihre Jacke an ihrem Arbeitsplatz zurückgelassen hat, obwohl es Ende November und entsprechend kalt ist. Trotz dieser ganzen Details geht die Polizei zunächst nicht von einem Verbrechen aus und vertröstet die Familie, die um weitere Ermittlungen bittet. Sie sind der Meinung, Noriko wäre freiwillig verschwunden und würde mit Sicherheit in ein paar Tagen wieder auftauchen. Dies führt unter anderem dazu, dass Norikos Familie das Auto bereits gereinigt hat, als die Ermittler endlich, über einen Monat nach Norikos Verschwinden, auf Drängen der Familie beginnen, nach Spuren zu suchen. Auch ihre Kontakte werden überprüft, wobei festgestellt werden kann, dass sie am Tag ihres Verschwindens mehrfach telefonischen Kontakt mit einem 33-jährigen Mann aus der Region hatte, den sie einige Monate zuvor bei einer Veranstaltung kennengelernt hat. Der Mann gibt zu, hin und wieder Kontakt zu Noriko gehabt zu haben, aber sagt, sie länger nicht gesehen und auch nicht mit ihr telefoniert zu haben. Als die Polizei ihn damit konfrontiert, die Verbindungsnachweise der Telefonate am betreffenden Tag zu haben, gibt der Mann dann schließlich zu, sich in der Nacht des 24. mit Noriko getroffen zu haben. Sie seien sein Auto gestiegen, wo die beiden intim miteinander waren und danach hätten sie sich noch fast zwei Stunden lang unterhalten. Dann habe er die Frau unversehrt an ihrem eigenen Auto abgesetzt und sei weggefahren. Diese ganze Geschichte hört sich natürlich sofort verdächtig an. Zusätzlich kommt noch heraus, dass der betreffende Mann im Jahr zuvor angeblich eine Frau in Tokio dazu gezwungen hat, einen bestimmten Job in einem bestimmten Milieu nachzugehen, um das Geld bei ihm abzuliefern. Für diese Tat wird er festgenommen, während die Ermittlungen im Vermisstenfall noch laufen. Die betreffende Frau gibt ziemlich genaue Auskunft über die Umstände und wie der Mann sie gezwungen hat, für ihn zu arbeiten. Unter anderem gibt sie an, zunächst mit einer Hundeleine gefesselt und von dem Mann in seiner Wohnung festgehalten worden zu sein. Doch während des folgenden Prozesses wird er von allen Anschuldigungen freigesprochen und reicht danach sofort eine Klage auf Schadensersatz ein, aufgrund der psychischen Belastung, die er durch die rechtswidrige Haft erlitten habe. Offenbar gibt es keine hinreichenden Beweise, die die Aussagen der Frau unterstützen können. Mittlerweile behauptet die Polizei auch, der Mann hätte mit dem Verschwinden von Noriko zu Jide nichts zu tun, obwohl er in der Nacht vom 4 auf den 25. Nachdem er sich, wie er selbst zugegeben hat, zwei Stunden lang mit Noriko getroffen hat, noch mehrere Telefonate geführt hat. Gegen halb drei Uhr nachts telefoniert er sieben Minuten lang vom Handy aus mit einer nicht näher benannten Person. Etwa um halb sechs Uhr morgens führt er ein drei Minuten langes Gespräch von seinem Festnetztelefon zu Hause aus. Er ruft einen Mann auf dem Handy an, der bei ihm zur Untermiete wohnt. Aber zu dieser Zeit, da er Forstmitarbeiter ist, bereits im Wald unterwegs ist. Warum könnte er morgens um diese Zeit, nachdem er offenbar die halbe Nacht lang unterwegs gewesen ist, einen Mann angerufen haben, der gerade im Wald ist? Die Polizei gibt zwar bekannt, dass der Mann nicht mit zu Jides Verschwinden in Verbindung steht, äußert aber ebenso, dass eine falsche Anklage mit anschließender Schadensersatzklage, so wie es in dem anderen Prozess passiert ist, nicht mehr vorkommen sollte. Ist der Mann also tatsächlich völlig unschuldig, was Norikos Verschwinden angeht, oder mangelt es nur an Beweisen, die belegen können, dass er etwas mit der Tat zu tun hat? Reportern gegenüber kündigt der Betreffende offenbar an, Auskunft über sein letztes Treffen mit Noriko zu geben, sobald seine Unschuld festgestellt wird. Diese Ankündigung hält er aber nicht ein. Auch nach der Bekanntgabe der Polizei, dass er in keinem Zusammenhang mit Norikos Verschwinden steht, weigert er sich, Fragen von Reportern zu beantworten. Dies ist zwar sein gutes Recht, trägt aber nicht gerade dazu bei, ihn weniger verdächtig wirken zu lassen. Wenn er nichts mit Norikos Verschwinden zu tun hat, könnte er auch genau die Geschehnisse der Nacht schildern und so vielleicht zur Klärung des Falles beitragen, denn er ist ja in jedem Fall die letzte Person gewesen, die Noriko vor ihrem mysteriösen Verschwinden noch gesehen hat. Außerdem redet er nur darüber, dass Noriko zu ihm ins Auto gestiegen wäre. Dass er in Norikos Auto war, oder es vielleicht sogar gefahren hat, was erklären würde, warum der Sitz verstellt war, bestätigt er nicht. Verschweigt er etwas, oder gibt es tatsächlich noch eine andere Person, mit der Noriko in der Nacht in Kontakt war? Weitere Theorien, was in der Nacht passiert sein könnte, gehen dahin, dass sie entführt worden sein könnte, nachdem sie das Auto des Mannes verlassen hat. Entweder nach Nordkorea oder auf die berüchtigte Insel Watakano, die für die Frauen bekannt ist, die dort ihre Dienste anbieten müssen. Norikos Eltern, die beide über 70 sind, verteilen immer noch jedes Jahr am 24. November Flyer, in der Hoffnung, Informationen über den Verbleib ihrer Tochter zu erhalten. Was ist eure Meinung zu dem Fall? Glaubt ihr, Noriko ist dem Verbrechen eines Unbekannten zum Opfer gefallen, nachdem sie sich mit ihrem Bekannten getroffen hat? Lasst wie immer gerne einen Kommentar da. Falls ihr meinen Kanal über ein Abo hinaus unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne über Patreon oder mit einer Kanalmitgliedschaft machen. Die Links dazu findet ihr unter jedem meiner Videos. Das hilft mir vor allem dabei, die Kriminalfälle hier auf YouTube mit allen Details, die dazugehören, wiedergeben zu können, ohne dass ich wichtige Fakten zensieren muss. Und ihr bekommt für eure Unterstützung natürlich auch was. Also schaut mal vorbei. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis gleich. Untertitelung. BR 2018